Hallo, hallo, hallo! Hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Die Lange Leitung. Die Lange Leitung heute mit dem Mentalisten Marc Hagenberg in der Leitung. Hallo Marc! Hallo! Und die YouTuberin Kim Weber ist auch da. Hallo Kim! Hi! Hi, ja. Und heute hat der Marc uns einen Gegenstand mitgebracht, den wir erraten müssen. Und der Marc hält ihn jetzt gleich in die Kamera. Und wer mitraten möchte, guckt da einen Augenblick weg, wenn der Gong erscheint. Und ja, und dann gucken wir mal, wer drauf kommen wird. Marc, leg los! Ja, seid ihr bereit? Okay, ich schalte den Gegenstand jetzt mal in die Kamera. Okay, habe ihn wieder weggetan. Und dazu ist zu sagen, immer dann, oder meistens, wenn ich ihn brauche, ist er nicht einsatzbereit. Ja, okay. Ihr dürft raten. Okay. Kim, willst du anfangen? Ja, ähm... Ist es ein Schlüssel? Es ist kein Schlüssel. Nein. Ähm... Es ist ein batteriebetriebenes Gerät? Definiere Batterie. Was soll ich denn bei Batteriebrett definieren? Es ist kein... Nicht von der Windmühle betrieben, hä? Ja, es ist keine Batterie drin, ne? Das würde ich als ein Nein werden. Aber... Also ein Akku halt. Nein, du bist nicht mehr dran. Nein, du hast... Ja, genau. Du bist nicht mehr dran. Kim ist jetzt dran. Ist es halt so ein Akkuladegerät hier, wie sagt man für die Smartphones, so ein Akku... Wie sagt man denn dazu? Jetzt fällt mir das Wort schon wieder nicht ein. Ein Akkuladegerät. Smartphone-Ladegerät. Nee, es ist kein Akkuladegerät, nein. Also es ist aber ein Gerät mit einem Akku dann halt, wenn du die Batterie, das Wort, nicht magst. Ja. Ja, stimmt. Ah, jetzt haben wir es. Also es ist nicht eine Batterie, die man so im Laden kaufen kann, irgendwie so eine Mignone oder wie die heißen, die Dinger, sondern es ist halt ein Akku, das in diesem Gerät installiert ist sozusagen. Genau. Dieses Gerät hat ein Akku, ja. Und jetzt erzähle ich dir mal, was ich immer falsch... Was bei mir immer nicht funktioniert, wenn ich es nehmen möchte. Und ich denke, es ist das, was bei dir auch nicht geht. Es ist ein Akkuschrauber. Vollkommen richtig. Siehste. Männer unter sich, die haben Ahnung. Männer unter sich, die total handwerklich nicht begabt sind, die können was. Ja. Ja, ja, ja. Aber ihr kennt das, oder? Das ist bei mir immer so. Ich habe das Ding irgendwo liegen. Ja, natürlich. Und ich brauche das jedes halbe Jahr mal. Und wenn ich es dann hole, ist natürlich immer wieder der Akku leer. Natürlich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Murphy. Das ist Murphy's Law. Ja. Und wer hat es geraten? Komm, sag. Ja, ja. Der Sascha. Da drüben. Der Sascha. Ja. Sascha hat erraten. Yay. Ja, super. Richtig geil. Applaus für Sascha. Langt. Das war heute ein Glanzschnitt wieder in die lange Leitung. Normalerweise rate ich nicht so viel, aber heute hat es wieder mal hingehauen. Sehr gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei die lange Leitung. Tschüss, Kim. Tschüss, Marc Hagenbeck. Macht's gut, ihr zwei. Ciao. Das war die lange Leitung auf Schoki-Banuki-New-Television. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Oh, und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.